Zum einen spare ich mir das die ganze Zeit irgendwie runtergehen, so mein Vater eine Spezi zu holen und zum anderen tue ich mir eine Gesundheit, was gut ist. Und ich habe jetzt auch eine Glasflasche, wo ich praktisch einfach, weil Plastikflaschen ist so, äh, nee, weil im Endeffekt ja die mit der Zeit irgendwie so komisch wäre, also die schmecken dann so komisch oder Dosen ist ja noch schlimmer so. Und so ist halt, Glasflasche ist halt neutral. Und kann ich halt immer wieder mit Leitungswasser auffüllen. Ein Hochauf-Plastikflaschen. Äh, Plastikflaschen sind voll beschissen. Digga, ich bevorzuge Dosen und Glasflaschen immer mehr als Plastikflaschen. Ja, Glasflaschen sind halt einfach geiler, finde ich halt, also zumindest für, also für längere Zeit trinken, weil es halt geschmacksneutral ist. Ah. Und weil es sich eben auslöschen lässt. Uh, Einladung. Ja. Drücken Sie Shift, Tab, um, Leitmal mache ich es so, weil ich weiß wieder nicht, was Shift ist. Spielstart. Ich bin da. Shift ist Großschreiben. Ja, das... Geil. Aber nicht das, aber nicht das darüber, was du darüber hast, ist das, was du konstant groß schreibst. Das ist Caps Lock. Also Schreien, könnte man meinen. Ja. Das ist wie Regenfall, Shift ohne Ende. Gandalf und ich hatten ja schon mal, ich weiß nicht, ob wir das privat geredet haben oder nicht, wir hatten ja schon mal die, zumindest, was ist die Idee? Ähm, dass geil wäre, wenn eine komplette Tastatur so groß wäre wie ein Stream Deck, oder nicht, also ein Stream Deck so groß wäre wie eine Tastatur, und dann jede einzelne Taste ein eigenes Display hätte, wo man zum Beispiel, wenn man groß schreibt, die Buchstaben groß werden und wenn man klein schreibt, die Buchstaben automatisch klein sind und so. Nicht so weiter bei der jetzigen Tastatur so. Das würde ich aber auch fühlen. Oder dass man alles auch einfügen kann, wenn man zum Beispiel extra Tasten hat, wo zum Beispiel irgendwelche Emojis oder was weiß ich sind. wo man halt frei programmieren kann. Wie ein Stream Deck halt. Voll den Tastatur formen. Dann würde ich feiern. Okay. Gut, dass keiner mehr was sagt. Ich hab doch gerade okay gesagt. Ja, währenddessen, wo ich gut gesagt hab. Okay. Oh, ein Rap war das auch mal wieder geil. Wer rappt? Rap. Wer rappt? Ich bin immer noch alleine. Egal. Bei mir ladet es. Ich hab immer noch keine. Ah, fuck. Ich hab das Ding nicht gedownloadet. Den, äh, den Modpack. Hab ich doch. Sally, du hast von mir eine Einladung bekommen. Äh, ich hab das Modpack aber nicht gedownloadet. Ist das schlimm, Gundyfe? Dann dauert es halt ein bisschen, bis du da bist. Ach so, okay. Na dann. Okay. Dann, ich kann warten. Dürfte nicht allzu viel, äh, an, dürfte nicht allzu lange dauern. Eigentlich. Eigentlich. Ich hab das total vergessen, das mit dem Modpack. Also, ich hab das zwar schon überall Häkchen eingesetzt, aber keine Ahnung. Nein, Gandalf hat mir heute um 13.23 ein Ding. Ich weiß. Meinst du das, Nati? Genau das, weil das hab ich auch geregt. Ja, hast du das gemacht oder nicht? Ich hab überall Häkchen eingesetzt, ich hab da nur noch gefragt, ob wir was downloaden müssen, aber normalerweise nicht. also, weil ich zwar, ähm, also, Gandalf, ich hab vorher, ähm, TTT nicht gestartet, ihr habt dann nix mehr gemacht. Ja, es kann sein, dass es daran liegt, dass ich noch ein paar Sachen hinzugefügt habe, unter anderem diese Map hier. Alles klar, Sally ist Traitor. Was? Nein. Wir sind zwei Leute. Ah, ja, jetzt wissen wir's. Ah, so, wenn Sally also so antwortet, was, nein. Okay, dann wissen wir, dass Sally der Traitor ist. Okay, gut zu wissen. Oh nein, Heike hat mich auf frischer Tat ertappt. Ja. Dass wir nicht so einen geilen Ladebildschirm haben, das wär mal geil. Und er läuft mit der Katze rum. Aha, okay. Ja, Oder, oder, egal wer so, so eigene Map integrieren für die Irrenanstalt so extra für uns. Das wär mal geil. Aber ich kann sowas nicht. What the fuck? Was? Forest? Boah, ich freu mich schon voll auf so Forest. Oh, ich bin drin. In progress. Nein, nein, ich tue ihn nicht. Perfekt. Oh, ich hab sie, du hast heute nichts gesorgt. Sehr schön. Aber mein Skin war da, oder? Ja, ich hab deinen Skin gesehen. Oh nee, ich hab schon wieder Lila. Ich nicht. Also, dich nicht, Schatz. Hi, Nati. Ich bin Traitor. Ich weiß es grad nicht aus dem Kopf. Ich wollte grad noch nachschauen, bevor die Runde beginnt, aber... Irgendwas mit Skin? War da nicht was? Nein. Ich schau gleich nochmal genau nach. Gott, was ist das für eine komische Map? Ich hab voll den geilen Skin. Ich bin immer nur, äh, äh, Darth Vader, genau. Und ich glaube, ich bin immer noch das Skelett. Was like, genau. Und ich glaube, ich bin immer noch das Skelett, weil ich nichts geändert hab. Soll ich Musik anlassen oder, äh, Musik ausmachen? Was reicht's dir alle? Bitte nochmal, Sally. Oh, ich mach meine Musik jedenfalls aus. Ich hab jetzt gar keine Musik am Laufen. Ich hab nur TTT laufen. Ja, Nito. Ach, da läuft ein Error rum. Gandalf, du bist ein Error. Also, jetzt nochmal eine Frage an den Chats. Hi. Musik aus oder Musik an? Okay, Leute, ich stell mich jetzt hier in der Ecke. Und ich schau nach, wie, ähm, der Befehl lautet, um den Skin zu ändern. Okay. Achso, hast du nicht nur bei mir ein Error oder was? Äh, nee, aber wenn du auf mich schießt, dann fliegst du vom Server. Irgendweise crashed Gary's Mod. Oh. Äh, Sekunde, Sekunde. Hallo, Schatz, I have a Frage on you. Du und dein Englisch ist prima. Ich weiß. Hm. Musik an oder aus. Weinst du nicht, dass ihr Englisch, dass die Englisch lila ist? Ha ha! Ha! Oh, Alter, Haigall! Verpiss dich. Man hat, und die Maus gesehen, beziehungsweise, man hat, und Natti gesehen, wie ihr komplett der Charakter kurz zappelt. Mir steht Musik okay. Komme ich da irgendwie rüber? Nee. Hey, da ist ein Loch. Ich liebe Löcher. Aber, Selly. Hä, wer bist du da hier? Guck mal. Spring, äh, Springjump. Nein! Springjump! Selly! Was? äh, 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 Natti, also. Da halten wir uns jetzt wie Amerikaner. Jedes Mal, wenn wir uns, geht du ganz einfach da rein, um draus zu gehen, hä? Du musst mal einfach nur gedruckt halten, oder was? Ah, jetzt, oh. Hm. 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 Weißt du, was ich ein bisschen verdächtig finde? Ja? Hm. Das Scandarf so lange braucht, das kannst du wechseln. Vielleicht ist einfach auch ich muss dem, ich muss den Befehl raussuchen. Was sagen sie alle? Was, Natti, bist du jetzt ernsthaft, bist du, bist du, bist du jetzt ernsthaft da in dem komischen Ding da drin gehangen und wolltest da rausgehen? Ich wollte drüber springen, aber es ist da gegangen. What's that? Ah, Enhanced Player Model Selector. Ganz kurz eine Sprachnachricht anhören. Äh, d, 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 Hotel Access. Ah, Player Model. Nein! Hallo. Probieren. Man hört nur, Nein! Nein! Helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Alter, gestern hab ich TikTok gesehen, da wurde das noch gemacht, haben das Meme, dann haben sie gesagt, ja, bitte helfen, helfen Sie mir. Äh, nein, nein, nicht, bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, sondern, ich, äh, ich, ähm, muss hier raus. Oder, nein, die haben gesagt, normalerweise heißt das ja, ich muss hier raus. raus. Und die haben gesagt, ich muss raus. Und das heißt, ich muss hier raus. Nicht, ich muss raus, Alter. Das triggert mich vollkommen. Play Model Selector zum Klicken. Was? Warum hast du mir was geschickt, Anderf? Das musst du über die Konsole eingeben, dann kannst du deinen Skin wechseln. Achso, ich will aber mein Skin nicht wechseln. Ja, okay, gut, dann halt nicht. Ja, das war halt einfach so, hä, hä? So, geh mal her. Gut. Gehen wir mal mit C, es ist Gasmaske. Wir wollen ja klassisch bleiben. Was denn? Nix ist mit dir, Schatzi. Ich hab nur gesagt, morgen Freeman. Morgen bin ich wieder frei, Mann. Oh, Gott. Ich will was testen. Ich glaub, ich stirb. Ah, morgen Freeman. Also, ich, wenn der jetzt auch, yo, ich stürm jetzt immer schnell hin und dann mein Skin wechseln, das ist jetzt auch, kommt auch wieder Kaka. Und dann heißt der gleich wieder, ich bin Traitor. Oh, for fuck's sake. Ja, das ist auch ein Traitor. Also, ich stimm jetzt ganz schnell her, ich bin kein, gut, Gesundheit. Ich bin kein Traitor, geil, by the way. Wenn sie mich erschießt, dann soll ich selber schuld. Äh, Playmodel Select zum Skin wechseln. Wem mach, äh, wo gebe ich das am besten, ey? Ähm, du musst die, ähm, Taste über Tab drücken mit diesem Dach. Ah. Hä? Und dann einfügen. Weil, öffne ich überhaupt das Teil zum, äh, zum Dingsen, zum Schreiben? Ähm, dann drück mal Escape, vielleicht geht das dann darüber. Nö. Hä? Hä? Ich kann das Dach und das Ding da drücken. Hä? Versuch mal, Ö zu drücken. Ah, war das nicht mit Ö? Genau. Nö. Äh? Nati, ähm, ich glaube, alt und, äh, ich glaube, F und 4, glaube ich, alt F4. Nein. Weil dann schließe ich das, spülle, weil ich bin ja bescheuert. Weil hast du das gemacht, Gandalf? Wie gesagt, ich habe einfach nur das Dach gedrückt. Bei mir öffnet sich nicht einmal irgendwas zum Schreiben. Hm. Tab geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. E, O, A. Hä? Hä? Open, äh, Cue, Span-Menü, Cue. Ja, das war jetzt voll, äh... Alter, wie witzig, dass das gerade war, Alter. Gandalf töten Sally, Alter. Und ich so, hä, hab ich das jetzt richtig gesehen? Das war genau dieser Moment. Oh, halt. Und die Natti einfach nicht gekümmert hat. Ja, mir war das jetzt scheißegal. Mir war das jetzt gerade voll egal. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Weil ich einfach jetzt gerade, ähm, das machen wollte. Das Menü öffnen. Bei mir steht da, ist es jetzt ein P oder ein Q? Was? Was? Bevor du jetzt da, äh, bevor du jetzt da irgendwas machst, will ich jetzt mal in die Einstellung gehen und gucken, ob du da die Integra-Tools überhaupt offen hast. Hä? Ob, muss, wenn, wenn, ich weiß ja nicht einmal, weil ich das überhaupt öffne. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr rennen. Äh? Was? Wenn ich, äh, wenn ich Shift-Taste drück, kommt Gerechtigungsanfrage, äh, äh, Voice Crowd, Ford. Ähm. Macht jetzt Verbindung trennt. Na, oh. Oh, hi. Oh, du warst Traitor. Ja. Geil. Oh, Mann, ey, ich hätte das Voice-Tip-Unverbindung auch. Was denn? Son of a bitch. Was? Gandalf, du müsstest mich wieder einladen. Ja, ja. Also, was Sally? Du gehst in die Einstellungen, ähm, das ist das Tour. Du scrollst ganz nach unten und, äh, gibt's den letzten Dings, irgendeinem Buchstaben, den du benutzen möchtest. Äh, Entwicklungsumschalt, was? Äh, warte mal, F, hallo? Jetzt geht's jetzt wieder, F, okay. Und dann? Dann drückst du die Taste? Ja, aber geht nix. Hast du auch auf OK gedrückt. Das, äh, F, hallo, mach, eine Flüsse, nimm doch, F, anwenden, OK. F, so, Eiza, einfügen. Und dann aufs Senden, oder? Ah, Eiza. Ja, einfach Eiza. Was war jetzt eigentlich die Frage, also warum, Nazi? Hi. Hi. Uh, Chloe. Nazi, was wolltest du eigentlich gerade machen? Hey. Was? Ich wollte den gerade machen. Weil die, die skumbulat war. Was für ein Ding. Was war das? Ja, das sind jetzt gerade... Mann, ich will gerade Ass auch haben. Warte, ich wollte einen Bumerang nach dir schmeißen. Wenn ich treffe, das passt. Der Lateralschaden wurde ausgetroffen, Digga. Geil. So, weil ich jetzt die Ass. Chloe. Ah ja, perfekt. Hey, wer sitzt du, hast du gesagt? Äh, weil ich gerade in Dings-Modus war? Weil ich Traitor war, deswegen Nati. Hä? Sprachchat? Nein! Hallo? Hä? Sprachchat ermöglicht den Servern ihre Sprachübertragung ein- oder abzuschalten. Nicht zur Hölle! Äh, äh, äh... Nicht abbrechen, egal was du machst, abbrechen. Das ist, äh... Ja, aber das kommt die ganze Zeit bei mir. Was für ne Tassen drücken? Ah, wenn ich schnell rennen will... Äh, ich will ja rennen. Wenn du rennen willst, dann kommt das zwar bei mir gerade genauso. Es gibt kein Sprinten. Doch? Nein! Hä, das ist doch gegangen. Das gab's noch nie bei, äh, bei TTT. Ach, es... Doch, es war... Es gibt's aber nicht, äh, als direkter Spieler, sondern im, ähm, Ding-Modus. Wenn, äh, wenn man im Join-Modus ist praktisch. Wenn man nicht spielen kann, sondern wenn man zuschauen kann, so. Ja, das Spectator. Dann kann man, wenn man... Spectator, genau, dann kann man schneller sein. Ach. Egal, was war das? Was ist in der Hand zu kosten? Gar nicht. Und davor war's die Riffle. Nichts. Hast du... Hast du... Hast du mich gerade angeschossen, du Arsch? Ich wollte nur zeigen, dass ich eine Riffle habe. Aha, das sagen sie alle. Ich würde die dann nochmal... Oh, schöner. Ich kann hier nichts mitnehmen. Ich hab sogar Fingernickel. Hä? Damit geht das. Okay, warte mal. Hey, wie hebt man nochmal Waffen auf? Äh... Rüberlaufen? Äh... Rüberlaufer? Was kann das sein, dass du schon was aufgehoben hast? Guck mal, ich bin Morgan Freeman. Ich hab ne Brechstrange. Ja... Ich hab Powerflash ein bisschen anders in der... Ich hab Powerflash ein bisschen anders in der... Ich hab Powerflash ein bisschen anders in der Erinnerung gehabt. Ich bin gerade irgendwer vor... Öh oben rumgelaufen. Halt, ich komm hier nicht mehr raus. Hilfe. Ach, hier geht's raus. Wenn ich jetzt gerade einmal nur im... M-G-Stript, das kannst du nicht treffen. Irgendlaufer. Bahahaha Cauu! Alte die Mausempfindlichkeit ist so schnell... Hm... Ich nicht. Diesmal nicht. Was würde ja jemand sagen, denn... Der... Ah, hi. Wo seid ihr alle, ach da? Irgendwas sagt mir, dass der Gundar Triple Traitor ist. Hä? Warum jetzt auf einmal? Digga du kommst aus der rechten, du bist beim Wasserturm. Rechts neben mir ist da eine Smoggrenade fallen gelassen. Da hast du wahrscheinlich die Smoggrenade fallen lassen. Ja? Jetzt stehst du noch da oben. Ja tut mir leid, dass ich existiere. Ich hoffe das ist mir zu blöd. Das ist mir zu blöd ey. Das jetzt geht er noch weg und kommt sich aus dem Traitor-Menü. Oh, warte mal mit C war das, ne? Ah ja war das, ja. Hier, Chairgun, okay, Biohazardball, oh, Jetpack, very nice. Ich dachte, wie lange, dass ich kein TT mehr gespielt habe. Als ob ich noch tiefer... Das wollen, das schreckt mir doch nicht so. Nati, ist auffällig ruhig. Ja, was soll ich noch sagen? Wenn sie zum Streiner fangt... Das würde ich jetzt an deiner Stelle jetzt auch sagen. Streiten, wir diskutieren, oder bist du ein Traitor, Nati? Nein. Nati ist Traitor. Nati ist Traitor. Er konzentriert sich. Warum soll ich jetzt nicht wieder Traitor sein, bloß weil ich jetzt nichts sage oder was? Ja. Genau. Schweigen ist Mord. Das ist meine Filosophie im TTT. Ich hab gerade vorher auch nichts die ganze Zeit gelabert. Du hast die ganze Zeit davon gelabert, wie du den Skin ländern möchtest. Ja. Warum ist dann dein Licht an? Weil ich das mit F machen kann. Stimmt. Ja. 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 Das war dieses... Ich wusste es. Ja. Nein. Ich wusste es. Ich wusste es. Weißt du, ich hab einfach nur so'n Schuss neben mir fallen, ich denk mir so, alter, leck mich am Arsch. AHHHHHHHH. Was ist das für eine Map, wo du da ausgewählt hast? Ich bin immer schon voll unter... Was? Ich bin Traitor. Ja, wo wir in der Preparing sind. Geil. Was ist das für eine Map? Die kenne ich gar nicht. Sind hier Waffen? Ich auch nicht. Hä? Wo ist die Map so klein? Wo geht es denn weiter? Die Map so klein? Das ist riesig. Ich finde gerade immer noch keine Waffen. Oh, fein. Da geht es so hoch. Das ist eine Treppe. Ah, da wurde ich schon gerade. Alter, es gibt hier wirklich null Waffen. Nein! Oh, wie schön. Ich glaube, es ist noch gut so. Was war denn jetzt los? Gandalf hat mich mit dem Speer getroffen, ist aber dann, glaube ich, noch untergefallen. Ja, ich habe mich so sehr geschämt. Ich musste es einfach... Oh, Mann. Ich glaube, wir sollten die Map wechseln, weil ich glaube, hier werden keine Waffen gefunden. Boah, puh. Wir sind bei Amazon. Hä? Was? Wackeln. Hallo, Hilfe! 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 Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Ja, nicht mehr. Ja, nicht mehr. Keine Action-Problem. Gandalf. Ah ja, Gandalf hat wahrscheinlich... Achso. Ist okay. Ja, ich habe mich alle gekickt, weil ich keinen Bock mehr auf euch habe. Gandalf wieder. Heide, du gehst die ganze Zeit bei mir wieder. Ja, du, du Rauch. Ich gehe raus. Äh, beenden, äh, Verbindung trennen. So. Ja, ich glaube, das ist sinnvoller. Ähm. Ähm. Okay. Welche Map, wie hieß die nochmal? Hazard, ne? Ja. Welche Map? Die eben gerade ohne Waffen. Dann haue ich die dann aus, äh, raus. Ja. Das ist der Selection. Die war eh generell strange, die Map. Es gab, es gab ein paar interessante Traitor-Fallen auf jeden Fall. Ja. Zumindest für den kurzen Moment, als ich da war. Alter, ich hätte Duckjump machen sollen, ne? Das war wohl mein Problem, glaube ich. Ja. Hab zwar nicht gesehen, wie du richtig gestorben bist, aber ja. 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 Da hat schon jemand gestorben. Äh. 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 Und wieder einer. Alles klar. Wie kann ich sterben, obwohl ich im Preparing bin? Ich hätte gedacht, man kann nicht sterben, wenn man Preparingen. Ja, man kann sterben, man respawnt aber wieder, sobald die Zeit vorbei ist. Alter, mir hat's gerockert und screeched. Au! Ja, hast du screeched auch gerockert, Sally? Nein, ich bin auf die gottverdammte Rabattenfalle gefallen. Das ist blöd. Ach, die Map. Ja, guck mal. Kich. Ach, die Map. Ach, die, aha. Ähm. Die hab ich schon öfters gespielt. Ich brauch auf jeden Fall ne andere Waffe. Hilfe! Ähm. Was hast du für eine Waffe? Ähm. Ah. Scheiße, ich bin ins Wasser eingefahren und ich komm ne raus. Du musst das Base gedrückt halten und kannst, äh, wenn du am Rand bist, glaub ich, rausspringen. Warte, aber Space ist das Overstring, oder? Ne, das ist, äh, Leertaste. Ähm. Nö. Dankeschön. Ne? Okay. Scheiße. Tschüss. Wo bist du? Ich bin in dem Wasser-Ding. Du warst im Waschbecken. Na. Ach, im Eimer. Da unten am Boden. Im Eimer. Äh. Äh. Warte mal, ich, ich. Ja, nein. Nein. Hahaha. 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 Au, da war die Falle. Hahaha. Sorry. Hahaha. 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 Ich seh nur, wie Gandalf einfach weggerutscht. Hahaha. Hahaha. Und das Wasser ist auch cool. Hahaha. Au. Die Treppen gehen. Das ist ja richtig scheiße. Hahaha. Ist da gerade noch jemand gestorben? Kann das, wenn der Gandalf runtergefallen ist? Lass. Nati? Ja. Kann das, wenn der Gandalf runter... Au. Kann das, wenn der Gandalf runtergefallen ist? Keine Ahnung, ich sehe nichts. Ich bin im Wasser-Eimer. Im Wasser-Eimer, sagst du? Ist das ein Deutsch? Äh. In welchem? Im ganz linken, oder? Der, gerne neben den Tisch, neben dir. Jaja. Äh. Warte noch kurz still. Digga. Kannst du kurz stillhalten? Warum regt der die auf? Wer regt wen auf? Ah. Chat und so. Du wolltest mich gerade ernsthaft erschießen, Sally? Ja, du bist auf Trade, oder nicht? Nein. Doch. Alter Mann, ich bin das scheiß Ding runterge... Ich hasse Treppen. Eh, Leitern. Ich hasse Leitern. Ich hasse Leitern. Äh. Ich bin ein Heidel nicht vorbeigekommen und bin runtergefallen. Junge. Du hättest einfach rückwärts gehen... Äh. Bist du ja auch, aber irgendwie doch ein bisschen schiefgekommen. Ja, ein bisschen. Ist gut. Oh Mann, ey. Was für ein Scheiß. Oh, ich hasse dich in den Maps. Okay, Nati ist Traitor. Ah, Nati sagt nix, also bestätigst du, dass du Traitor bist, oder? Well. Was ist denn? Was ist denn? Ich beobachte dich, Nati. Ja, dann erschießt's mich doch. Au, au. Au, au. Mhm. Da gehst du dir her? Ich bin immer hinter... Der muss eigentlich ganz auf. Oben. Ist das ein Stiftenhöhe, oder? Was ist das? Was? Ist komisch, wie fliegt das hier? Au! Dann... Dann... Dann provozier halt zurück. Ey! Lass doch die entschärft! Die hat sich von selbst wieder geschärft. Achso... Achso, okay. Irgendwas sagt... Hier, dass Dumbrave Traitor ist. Ich bin jetzt einmal... Der Durchgänger. Oh, was ist das? Sally, was sagen sie dazu? Nein! Nati? Was machst du da? Hallo? Was ist das denn? Bartola? War Heigel nicht... War Heigel nicht... War Heigel nicht... Wer ist da grad gestorben? Nein, ich nicht. Ich nicht. Ich hab... Ich bin fast gestorben. Sally? Ich bin Traitor. Schreibt Alex. Heigel? Ja, ja, ja. Ja, okay. Machen wir nicht so ne Angst. Wieso? Aha, warum denn Gandalf? Warum nicht? Ganz ehrlich, ich mach mir Sorgen um die Leute. Ja. Total. Okay, Gandalf, wer ist es? Gandalf, wer ist es? Jetzt hinter dir. Ich? Ich bin Traitor. Hass! Was hab ich? Alter. Ich wusste nicht einmal, wo du warst, Gandalf. Das weiß keiner. Ich bin nur am sterben heute. Das ist total DTT. Alter. Ach Gott, ich bin grad verloren, aber gefallen. Nati, warum sprichst du, wenn du tot bist? Hey, ich dachte, es ist schon vorbei. Nee. Ja. Doch. Hä? Hä? Doch, nee. Oh. Sally gegen Gandalf, wer gewinnt? Warte, Popov. Äh, aber warum sprichst dann du überhaupt, Heigel? Weil ich tot bin. Ja. Aber weil du tot bist, würdest du eigentlich nicht sprechen. Ich weiß es nicht. Es ist doch eh schon offensichtlich, dass Sally und Gandalf nur die einzigen Beine hier sind. Naja, aber Spannung. Spannung. Was heißt Spannung? Du weißt ganz genau, dass wir tot sind. Spannung, weil wegen Gandalf gegen fucking Sally, Alter. Ich muss dann im Goexel eher noch so eine Spannungsmusik einbauen. Weil ich glaub, das ist ein bisschen langweilig. Spannung. Hast du das Ganalf kommt jetzt nicht raus, Digga? Hä? Von wo? Von von einem Ort, wo du dich versteckst? Bin ich sicher, bist du dahinter dieses verdammten Katzenportray? Ja, genau. Du hast mich erwischt. Oh, ich hab kein Internet gerade. Ich hör dich aber noch. Ich grad, bei mir grade, äh, OBE erst gerade null. Jetzt ist er weg. Hey, was ist denn jetzt los? Jetzt bist du wieder da. Hä, aber warum höre ich euch in Discord? Hä? Ich habe bei mir OBS gerade 0 KB. Hä, was ist denn jetzt los? Cyberangriff. Wirklich? Ich habe 0 KB im Moment hier. Diesmal mache ich wirklich keinen Screenshot. Na, jetzt geht es wieder. Hä? Jetzt bin ich wieder da. Los. Dann fährst du bitte auf, in dem gottverdammten Traitorraum zu campen und kommst du endlich raus? Jetzt bin ich wieder da. Was war denn jetzt gerade los? Hallo, jetzt schon wieder? Jetzt ist schon wieder 0 KB. Alex schreibt mir, OBS ist noch von Omidipa verstört. Oh Gott. Hier, 0. Hey, was ist denn jetzt los? OBS hat sich bei mir gequält. Na, jetzt. Fuck. Bin ich wieder da? Nein! Ja, jetzt bin ich wieder. Was war denn jetzt gerade los? Ah! Ah, Selly hat gewonnen. Verdammt. Weißt du, das wäre noch viel spannender gewesen, wenn du verdammten Mut gehalten hast? Nee. Ja, ich, bei mir war gerade Internet komplett weg. Ah, wahrscheinlich ein Cyberangriff oder so. Boah, ich hätte. OBS war gerade, ich musste den Stream neu starten. 0 KB gar nicht, also komplett weg. Heigel sagt zu Nats, sie darf nicht reden, wenn sie tot ist. Und Heigel redet die ganze Zeit, obwohl er tot ist. Hm. Ja, es ist die Ironie. Es ist die Ironie. Boah, ich sage es mal so, ein bisschen kann man das entschulden, weil er gerade Verbindungsprobleme hatte. Ich hatte gerade volle Internetprobleme. Dabei, kann man das wirklich? Ja, wirklich jetzt. Ich habe ein Bild in die Irrenanstalt geschickt, so. Ich habe hier keine Pistole, ey. Das macht sich so knapp. Ja, huhu. Ähm, holt ihr den Fahrstuhl. Oh. Ähm, Moment. Nee, nee, hier alle zusammen. Nein, danke. Ich hau ab. Warte mal, habe ich jetzt. Nee, 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 lass mich. Wenn, dann geht hier alle. Au. Au. Alter, nee, ich verpiss mich. Ich habe keinen Bock hier auf eine Dschihad-Bombe. Guck mal dahinter, nö. Ähm, man kann doch hoch. Lol. Aua. Oh, oh. Cool, man kann hier das nicht ausmachen. Ich hasse diese Leitern, Alter. Au, ja, ich hasse diese Leitern auch. Ich habe schon 81 Schaden, Alter. Nur wegen den Drecksleitern. Kann ich wieder hoch oder so? Nee, ne? Äh, sofort kannst du schauen, worunterfallen, wenn du das Waschbecken gehst. Glaube ich. Huuu. Und jetzt los. Nati, warum bist du badly wounded? Ich bin gerade O-Map in der Maße fallen, zwei, dreimal durchgerinnt und bin für Treppenmobig fallen. Ein heikles auf die rumgelaufen. Au. Die Hattplatten sind heiß, ne? Nee, die sind heiß. Eine Frage. Wie hast du das nicht, denke ich, ausgemacht? Ähm, da oben ist ein Schalter. Den kann jeder betätigen. Echt? Ja. Hm. Das ist genau das, was ein Traitor sagen würde. Ähm. Ist jemand von euch Traitor? Ich würde ihm das beweisen. Nein. Äh, ist jemand von euch innocent? Ja. Ist jemand von euch Traitor? Ich würde es gerne beweisen. Lebt ihr alle? Ja. Ja. Komm ich da wieder hoch? Das ist halt hier gerade auch noch gesprungen. Okay, das zählt noch. Wenn nicht, ihn vermisst ja keiner. Ich bin auf dem Lampenstuhl. Digga, pass auf, was du sagst. Ah, genau da hast du einen Schalter. Da, wo ich ihn geschossen habe. Da, und dann? E-drücken. Ah, tatsächlich, Glück gehabt. Gar nicht, weil Glück gehabt. Stummsporn. Ah. Alter, das ist vor die Gehörne kich. Das heißt, wir kleinen, Alter, das wäre, ähm, als ich noch in meiner alten Wohnung war, war das, glaube ich, ein Luxus. Du hattest eine Wohnung? Ja, die müssen schon wieder. Hm? Du hattest eine Wohnung? Okay, ich hatte eine Wohnung, ja. Also, ich, bevor ich ins Haus gezogen bin, war ich in einer Wohnung, ja. Hä? Du? Achso, okay. Äh, alleine? Oder hast du jetzt ein Loa-Haus? Martin, wie alt bin ich? Okay, gut, ja. Ja. Ja, man kann auch, wenn man jung ist, umziehen. Nennt sich umziehen mit seiner Familie. Ja, nee, aber ich dachte zu, ja, egal. Nicht, weißt du, wenn er mich vor drei Jahren gefragt hätte, so hätte er dir vielleicht auch was sagen können. Einfach nur, weil es dann realistischer war, eine Wohnung zu haben. Äh, Heigl ist Traitor. Hä, warum, woher? Hä, nein. Weil ich gerade den Shooter-King gehört habe und nur du benutzt den Shooter-King. Natti? Ja. Sally? Heigl? Ja. Ja, alles klar, Heigl ist. Mhm. Ich hätte dich auf der Lampe da weg-snipen sollen. Wo? Ah, verdammt, ich war gerade zu. Ah! Das ist was, was du warst. Gandalf, weißt du, wie schmerzhaft das gerade war, dir zuzugucken? Weißt du, du stehst da so. Du sitzt da so. Verdammt. Und guckst überall hin, er ist auch so auf die Lampe. Und du beschwerst dich doch, dass du ihn hättest weg-snipen können von der Lampe. Das war gar nicht so witzig. Das war gar nicht so witzig. Ich hätte den voll bei der Lampe weg-snipen können und ich so. Hä, ich bin doch noch auf der Lampe. Natti ist tot. Nein, ich bin nur tot. Okay, Heigl ist es. Oh, Gott sei Dank. Was? Hört, irgendwie. Was? Ich mach mal kurz. Hat jemand... Alter, das ist doch... Alter... Alter... Treppen kann ich auch weggehen, aber nicht auch weggehen. Nein! Alter, ich bin doch... Alter! Hast du gerade auf mich geschossen? Ich hasse das Game! Alter... Hat er gerade auf mich noch geschossen, oder? Mann, ey! Warum hast du das? Es ist das geistige Game, was es gibt. Dann fall halt du 300 Milliarden Mal runter! Dann hast du auch keinen Bock mehr! Heigl! Warumst du dich so lachen? Heigl! Ich leise, Chantal. Nee! Keine Ahnung. Ich sollte dich fragen, Gandalf, was ist bei dir los? Wieso? Lila fragt, warum... Äh... Was bei dir los ist so, und... Du hast die Kamater wieder geschlossen. Du warst jetzt kommt ein Rollator! Heigl, du sollst jetzt nur noch mal einander schreien, sagt Lila. Ich schreie rum, Mann! Ich will! Oh. Warum ist auf einmal jeder so still? Ich bin noch... Ich bin noch... Ich... 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 Ich konzentriere mich gerade, dass ich nicht viel Treppe... Ah! Wunderfall. Ich treffe... Ah! Ja, was war denn das jetzt gerade? Das war eine Discombulator-Granate. Hey, wie oft das Gandalf dich schon, äh... Ja, benutzt hat? Weißt du, was ich mal in Natti seh... Vorsicht, Smaug-Granate! Geh doch auf, Mann! Natti? Ja. Ach, geht gut. Weißt du, was ich mal in Natti spielen sehen möchte? Was? Ich will sie mal, Arma, drei spielen sehen. Warum? So offen, wie du da immer herumlaufst. Ohne Deckung. Ich bin immer die, die wohl gleich anfängt. Ich hab kein Bock auf Vorspiel. Was? Really, Gandalf? Hä? Wieso? Was? Achso, ich dachte, du lachst, weil wir beide uns gegenseitig angeschaut haben. Nee, nee, ich hab nur gesehen, Sally kommt da aus dieser Luke raus, guckt mich an, gibt die Luke wieder runter. Achso. Was? Hat die Nyan-Gun gehört? Was zum... Ich glaub, das war mein Lachen. Nein, nein, ich hab glaub... Ich hab grad... Ich hab's grad sehr genau gehört. Jemand hier hat einen Nyan-Gun. Heigel? Dann muss das Heigel sein. Ich bin... Ich steh immer noch oben auf der... Ja, nee, ich bin in den Lüftungsschlitze. Hä? Ja, in der Lüftungsschlitze hab ich's gehört. Hä, nein! Natti, alles okay? Nee, Natti ist runtergefallen. Okay, Heigel ist... Heigel ist später. 100 Pro hat Heigel einfach Natti runtergeschmissen. Ahaha, ja! Ja, ich seh... Ah, ich hab's gesehen. Ah, verdammt! Ey, ich hab kein Bock mehr auf das Drecks-Game, weißt du? Alter! Ich bin dreimal hintereinander... Huch, nein. Ich bin dreimal hintereinander Traitor, Alter. Das ist jetzt egal. Bekommen wir nicht so oft Traitor zusammen? Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Ich bin nicht einmal so oft Traitor. Ich war bis jetzt einmal Traitor. Hey, du bist selber schuld, wenn du da schrägst. Äh, bei mir machen wir da schräg, gell? Ja! Hä? Alter, Verzöck. Du Traitor-Sauer, Alex! Jetzt geht's aber noch klar! Alter, ey. Nein! Wie oft, dass ich gerade den Traitor... Weil ich dachte mir, wie ich gerade gesehen habe, dass die Traitor... Und ich dachte mir, hä? Dreimal hintereinander! Und jedes Mal, Alter! Der erste Verdacht, Sally. Heigel ist Traitor. Ich so, was? Was soll man da... Oh, Pac-Man! Ja, Pac-Man. Aber kannst du mir nicht sagen, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit falsch schlag, oder? Pac-Man! Heigel ist Traitor. Äh, wie kommst du da drauf? Ja, weil du Traitor bist. Punkt. Warum? Ja, Punkt. Aber warum? Weil du gerade von mir gestanden bist. Jetzt hab ich Angst vor dem Traitorfallen. Oh nein. Bin ich jetzt grad durch die Wand gepackt? Gebackt? Packe Packe Kuchen? Irgendwer verbringt hier gerade. Hast du das gar nicht gehört? Ja, mir ist das gar nicht genau passiert! Oh Gott! Natti ist Traitor! WTF?! Was? Hast du gerade die Natti umgebracht? Nee. Ist Natti Traitor oder was? Ja. Sie ist nicht Traitor! Scheiße! Okay, Gondorf ist Traitor! Gondorf ist Traitor! Nein, ich bin nicht! Ich dachte gerade, weil sie gerade in dem Raum war, wo die Geister rauskommen können! Sally! Ja. Fuck! Fuck, ich hab ihn gerade gesehen! Jetzt erstmal Frust fressen, Alter! Was ist jetzt los? Was? Was? Ist das bei euch auch? Ja. Okay. Ich mach kurz... Ah! Wo saßt du? Ich hab kurz eine Tür geöffnet, wo ich in so eine Traitor-Raum reinkomme, um Verwundbarkeit zu kriegen gegen die Geistern! Heißt dann... Ich mach gerade die... Ich bin nicht hinter dir gespawnt! Ich mach gerade die Verpackung auf von die Dings von... Keine Ahnung, Kekse, keine Ahnung, was das sind... Mach ich gerade einfach von mir höre ich das Geräusch, hey, was hab ich jetzt gemacht? Alter, ich hab mich so verjagt! Alter! Alter! Was war das? Ihr hatt's mir einfach umgebracht! Ja, weil du... Du bist gerade in den Raum reingegangen, wo dieser Geist rausgekommen ist und ich dachte, dass du den aktiviert hättest! Nein! Nein! Kann man vielleicht jede Runde so machen? Kann man vielleicht jede Runde so, ähm... Einfach machen? Nee! Vergiss es! Alter, ich hatte gerade die Sniper, Alter! Und nahe kamen Snipern... Nicht gut! Ja, hab ich gerade gemerkt! Achso, du hast einen zufälligen Headshot! Ja, dann schon, aber... Natti, bist du im Traitor-Shop? Nein, warum sollte ich nicht im Traitor-Shop? Na, sie ist im Traitor-Shop! Mann! Ich bin ja auch ein Traitor-Shop! So, die ganze Zeit so gelaufen! Ja! Abwachsen! Ich seh... Heilige Scheiße, ey! Natti, bist du im Traitor-Shop? Nein! Aber diese Bewegung einfach, ne? Die ganze Zeit nur nach rechts, links, oben, unten, so voll... Voll gegen die Wand die ganze Zeit einfach! Mann! Ey, meine Nachbarn killen mir jetzt wahrscheinlich wieder... Ich bin ein Slow-Baby! Ja, okay... Es ist... Es ist nach 22 Uhr, Madame! Was guckst? Kann das gern kommen? Was guckst du? Große Fix! Jetzt hab ich zum 15. Mal die Drecks-Waffen-Wecker geschmissen! Meine Frise! Natti... Ich bin aggressiv! Ich hab keine Waffen! Ich hab keine Waffen! Let's mich gehen! Ich bin gerade mit der Stiper hinter dir! Aha! Pinky will now try to kill all the terrorists! Alles klar, okay! Darf ich das nächste Mal, wenn der TTT spielt? Ja, natürlich! Äh... Darf Alex das nächste Mal wieder mitspielen? Klar! Oh! 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 Du hast mich getötet, das ist doch eigentlich der Geist, der mich getötet hat! Nee, der Geist nicht! Alter! Alter! Was denn? Was denn? Äh... Was ihr jetzt eigentlich sagen wollt? Ich hab versaut... Ich hab schon wieder kein Internet! Verdammte Scheiße! Was geht denn ab, Alter? Äh... Ich hab grad versaugte, äh... Waffen, weil ich im Ding drinnen war, vom Krog zum Beispiel, die Waffen zum holen. Aber dann ist irgendwer dort gestanden, ja, ich kann die nicht nehmen! Warum? Dann hattest du wahrscheinlich schon ne Waffe im Inventar. Muss halt einfach ab und zu mal, äh, halt gucken, ne? Nein, irgendwie... Äh... Das ist da an der Raut hinterlegt und das kann ich dann irgendwie nicht benutzen. Alter, bei mir spackt heute alles rum, Alter. Ich weiß echt nicht, was los ist. Wie kann man beim Leben? Ich... also... Ich hab ja nie Internetprobleme, deswegen verwundere ich mich gerade, was heute los ist. Wie schon gesagt, wie kann man beim Leben? Ich bin schon wieder weg! Wie sprühe ich nochmal? Geh. Hallo. Aber hier auf den Texturen sieht man... sieht man das nicht. Nein, geht nicht. Ich kann nicht sprühen. Hä? Man hat vielleicht kein... kein Ding ins Ausgewählt. Na das... Entschuldigung, das war jetzt ich gerade versehentlich bei... Genau, schmeiß die Waffen weg. Ist das... Nein... Hä? Ich kann nicht sprühen. Das wird eh nicht... Oder vielleicht ist es T, keine Ahnung. Bei mir sprühen gerade OBS... Ah, T! Ja, ist das T, T. Bei mir ist das OBS anscheinend, wo gerade bei mir die ganze Zeit rumspackt. Also... Wahrscheinlich ist das neue OBS-Update. Hm. Weil ich habe gerade einen Speedtest gemacht. Einen Internet-Speedtest. Alles Internet ideal perfekt. Ich höre ja euch die ganze Zeit so. Aber sobald, dass ich ein Stream... Sobald, dass ich irgendwie OBS Dings und so... Keine Ahnung, was da los ist. Jetzt läuft's wieder. Keine Ahnung. Anscheinend, weil OBS heute ein neues Update hatte... Irgendwie, keine Ahnung, schwingt das total rum. Willst du... Willst du euch noch dreimal keine Ahnung erwähnen, Heikel? Keine Ahnung. Gar nicht auffällig? Überhaupt nicht. Na, Nazi, was machst du denn so? Jetzt läuft's wieder nach, Alter. Hey, was war denn da? UGH! Ich, ähm... Okay. Ist der Heikel nur da? Ja, ich bin da. Ja. Jetzt wieder, keine Ahnung, was mit OBS ist. Heute ist echt der Wurm drin, Nati. Ich hoffe, OBS fixt das jetzt wieder. Nati ist Traitor. Warte. Du bist plötzlich vor mir verschwunden. Ja, geh doch mal zu den... ...golben Teile hin, dann bist du auch anders. Sie war... Ah, okay. Okay, dann hab ich nichts gesagt. Das war ein Power-Up, was ich genommen habe. Ich hab einfach auf den roten Knopf gedrückt. Ja, ich weiß, ich weiß, ich kenn das. Okay, irgendwer hat nen Boomerang. Oh, Alter, das ist... Noice. Ich hab keinen Bock mehr für das Drecksgame. Ich hab echt keinen Bock mehr. Meine Laune ist gerade... Huch. Meine Laune ist jetzt gerade wirklich am Boden. Internet... OBS spinnt rum. DDT krieg ich nur auf dem Maul. Weil ich immer in die... In die... Beschissensten Situationen immer meine Waffe, Alter. DDT ist echt nicht mein Game. Ganz... Wie war das dann eben, äh... Eben gerade so? Ich... Mit der Chairgun. Als ich Sally abgeknallt hab. Und dann stand es hinter mir. Ja, ne. Das ist gerade einmal. Oh, schön. Ja, egal. Au. Au. Oh, sorry. Du kannst mich auch schon einmal schlagen, ja. Fuck. Ich hätte dafür jetzt nur Preparing. Ups. Heute ist echt nicht mein Tag. Zumindest hier im Stream. Also, gestern wollten wir eigentlich noch DBD spielen. Aber dann hat DBD auf Xbox gesagt, nee. Zumindest ist der Anti-Cheat. Stimmt. Was das jetzt genau ist. Stimmt. Was da genau ist. Ganz einfach. DBD und ihr neues... Äh... Anführungsstrichen neues. Was war das nochmal? Easy Anti-Cheat. Mhm. Ist anscheinend so beschissen, dass es Xbox nicht erlaubt, sich mit dem Server zu verbinden. Hey. Von dem Anti-Cheat. Also, es ist ein Problem vom Anti-Cheat. Also, kannst du jetzt über Xbox Game Pass kein, äh, Dings zocken? Nein, kann ich nicht. Und das... Weißt du, was das Problem ist? Anfang des Monats. Das haben sie immer noch nicht gefixt. Die vom Anti-Cheat. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hehehehehehehe. Alter, heute ist echt nicht mein Tag, Alter. Äh, OBS spinnt. Oh! Kein neuf. Ach so. Ah, gut. Dieser, dieser, dieser Teleport ist so verwirrend, ey. Jaaa, Alter. Ich seh dafür, hä, wovon ich denn jetzt? Aber die Map ist voll geil. Also verwinkelt einfach. Ist ich jetzt dann, dann nix mehr. Ja. Ich glaub, das ist so ne Map, wo man sagen kann, dass Schrottwinden eigentlich ziemlich, ziemlich den Meta sind. Jo. Ja, deswegen hab ich ja ne Shotgun. Ah, beware the Shotgun. Ja. Ich möchte nix sagen, aber ich hab das Gefühl, dass die, die Shotgun ein wenig genervt haben. Ey, Gandalf. Ey, Gandalf. Ja, ja. Warum, warum, warum? Ach ja, wegen, wegen Heigl. Ja. Hä? Oh! Wo?! Was?! Ich habe gerade die Dinge gehört. Die Lokomotive. Und Arz ist tot, by the way. Oh. Nicht gut. Brauchst nicht so tun. Nein! Ah! Ha 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 ha! Ha ha ha, Alter! Puh! Reflex, Alter! Ha ha! Uh, Asylum. Ähm, keine Ahnung. Ich bin mal für Lego. Subway, ich habe Hunger. Was? T-T-Subway, B4. Was, du hast Hunger? Ja, Subway, guck mal, da steht Subway. Bah! Das B steht für Brot, Brot 4. Wahrscheinlich ist das Sesam. Sesambrot. Fuck, ich bin in Asylum. Ja! Vor allen Dingen, das Witzigste gerade eben war so, Nattis tut Gandalf so, oh, schade. Und ich so, was? Was? Warum schade für dich? Ich wollte irgendwas sagen. Oh Mann, Alter. Ich glaube, für Gandalf gibt es zwei Füllwörter. Schade oder Penis. Wobei, 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 letzteres hat er sogar selten erwähnt. Das ist halt. Sehr, sehr selten. Hm, Penis? Was? Was, 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 was? Ah, vergiss es. Nein, ich habe da gerade eine Zeug hier. Was? Ja, da verzei ich für fünf Wörter. Einmal Schade und oder auch Penis. Ja. Wobei er letzteres nicht so oft erwähnt hat. Ach so, du hast aber gerade doch irgendwas von mir gesagt, oder? Nein. Nein, habe ich nicht. Ah. Nein. Hey, ich kann das. Ah. Warum steht bei mir Zeit 0-0? Bei mir läuft es schon. Bei mir läuft es auch. Ja, bei mir steht 0-0. Nathie, du bist aber bei mir. Ah, bumm. Ah, bumm. Ah, Gott. Jetzt los gewesen. Ich habe einfach bloß was du gesichtigst gesagt. Wo? Wer schmeißt schon wieder mit den? Ich diesmal nicht. Ich schwör's. Okay. Nathie? Ja, Nathie, sie hat eine unsinnig wahre Waffe in der Hand gehabt. Hops. Oh. Oh, noch. Hä? Nein. Das hat so gut gepasst. Yes, endlich mal. Vor allem Nathie ist es, weil ich aber unsinnig wahre Waffe gehabt habe. Sally ist rausgeflogen. Ja, weil die Batman-Batman-Skins nicht so, sagen wir mal, nicht so schön sind. Ach so. Das muss man nicht umbringen. Okay, warte mal, dann switche ich wieder. Ich dachte, es passt so zu der Map irgendwie. Und natürlich, guck mal, guck mal, zu meiner Verteidigung, sie hat seine unsinnig wahre Waffe gehabt. Sie hat ja nichts in der Hand gehabt. Ich glaube, sie hat ja nichts in der Hand gehabt. Ja, wenn sie nichts in der Hand gehabt hat, dann hat sie wahrscheinlich eine Traitor-Waffe. Vor allem, das war für mich voll gerade der geilste Moment ever so. Sally sagt, Nathies Traitor, und ich bekomme so ein großes Grinsen, weil jeder einfach in die Richtung geht. Ich hatte die Lokomotive schon in der Hand. Da dachte ich mir, geil. Das war voll die geile Einladung. Hey, ihr seid aber schon noch auf der Map, oder? Ja. Ja, ja. Okay. Willkommen in der Ehrenanstalt. Was glaubt, Digga? Oh, ich hab schon eine. Ja, also als Traitor machen wir hinter euch, weil sonst, ähm, kommt man da nicht weit. Ja, ach. Ja. Endlich mal, endlich mal ein guter Moment, Alter. Die letzten Momente, Alter, wo ich mir dachte, Alter, genau in diesem Moment kommt jemand die ganze Zeit. So, ich bitte mich mal kurz. Ey, wo geht's da raus? Oh mein Gott, Alter, ich hab voll Bock jetzt, äh, heute vielleicht das Let's Play von Gronkh anzusehen von, äh, wie heißt das Game nochmal in den, auch in den Stil mit der Grafik und so. Ähm. 4, ich, 4, glaub nicht, nicht 4. Cryo 4. Nein, nicht, doch, Cryo 4, genau, ja, Cryo 4. Oder meinst du das mit ein Haunted House? Nein, Cryo 4, meinte ich. Das war auch in der, Cryo 4 ist auch die ähnliche Grafik wie das jetzt. Ja. Ja. Hä, wo geht's denn da wieder raus? Ja. Hi. Ist wie beim Minecraft-Mörder, da muss man auch hinterhaltig sein. Ja, keine Ahnung, das kenne ich nicht. Hä? Ich bin irgendwo gefangen, anscheinend. Ich komm da nicht raus. Wo bist du? Äh, irgendwo in der, in der, so ein, ja, Irrenanstalt halt. Wo es laute Zellen gibt. Ah. Und ich hör gerade Irrenanstalt-Geräusche. What the fuck, wie war das denn gerade, bitte? Hilfe. Hilfe. Ich muss jetzt in jeden Ding einzeln rangehen, ob da irgendwas ist? Anscheinend. Aber nichts. Gut, dass ich nicht Traitor bin. Ich komm da nicht raus. Ich sag eh wie ein Wilder, aber es passiert nichts. Das ist klar. What the fuck, Alter, das ist so creepy. Hier, so, so, wenn du nicht raus bist, kommt auch keiner rein. Ja, ha, 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 ha. Okay, da ist, da ist, da ist ja die Tür. Oh. Hat vielleicht der Traitor die Tür zugemacht? Das ist die einzigste, die ich mir vorstellen kann, so. Ansonsten, hier ist ja der einzigste Ein- und Ausgang. Rechts an der Tür ist doch ein Tastenfeld. Ah, danke, Herr Alex. Danke, Alex. Hi. Gandalf. Ja? Bin wir da draußen? Alter. Alter, ich dachte... Du bist jetzt selber schuld, Heigel. Ich wusste es nicht, ich war die ganze Zeit, mein Gehirn ist dumm. Mein Gehirn ist gerade dumm. Alter, ich wusste gar nicht. Wie kannst du es nicht wissen, wenn Nati nichts gesagt hat? Ja, weil ich einfach nichts gewusst habe. Weil ich nichts gewusst habe. Ich war einfach gerade die ganze Zeit, ich bin die ganze Zeit hin und her geredet. Die ganze Zeit hin und her geredet. Ich meine, die auffallende Stille sollte dir eigentlich komisch vorkommen sein. Ja, es gab schon gerade eben noch andere Stille in der vorigen Runde, wo einfach keiner... Aber das ist nicht so ein Land, Erik. Du kennst doch Natis. Sally, 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 für mich ist die Zeit gerade verflogen wie... Nochmal was. Ja, ich bin gerade hier. Ich bin aber innocent. Hä, willkommen der Yassi. Ich bin ganz hin und her gerannt. Alter, ich war gerade wieder ein Irrer. Ich dachte mir, was ist jetzt los, Alter? So, ich habe die Zeit nicht... Also, ich hätte gedacht, ich wäre zwei Sekunden oder zwei Minuten da drin gewesen. Ich weiß nicht, wach auf. Ich habe einen Freund. Ich brauche eine Waffe. Dann spiel mit deinem Freund rum. Ja! Oh, Mann, ey. Ich muss mal kurz verpassen, ein Schlimmer im Endeffekt. Mein Gehirn ist heute echt doof, Alter. Boah. Alter, seitdem, dass ich der eine Frau die ganze Zeit zugesehen habe, wie sie sich schminkt, Alter. Oh, mein Gott, ich muss mich noch aufziehen. Oh, Gott, Alter. Wir haben heute OME-TV gemacht, Alex Randorf und ich. Und da war eine Frau, die sich ungefähr 40 Minuten lang gefragt hat, was soll ich jetzt anziehen, schminken und bla. Das Witzigste war, die hat sich erst Ewigkeiten geschminkt, hat sich gesagt, ja, ich traue mich für euch nicht schminken und bla, bla. Wo ich mir denke, hey, warum gehst du denn OME-TV? Erste Sache. Zweite Sache ist, sie redet kurz mit uns und sagt, ah, scheiße, ich müsste mich noch umziehen, so. Vergiss das für zwei, für keine Ahnung, für zwei Minuten oder so, sagt, oh, ich muss mich umziehen. Und das mehrmals hintereinander und ich, Alter, seitdem, dass ich der zugesehen habe, ich bin wer, also meine Gehirnsen sind weg. Ey, guck doch mal die Uhr an. Da, über den Haupteingang. Ja, so, so, so denke ich das, so denke ich das gerade, Alter. Ähm. Ne, das ist gerade eine blöde Idee, hier zusammenzustehen. Ach, Mann! Treffen, treffen, genau, genau, Alex, schreib doch. Treffen war um 17.54 Uhr. Und es war 18.24 Uhr. Wo? Ah, hier, zur PC. Ne, 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 ne. Eine richtige Waffe. Ich weiß ganz genau, wie ich eben gerade Natty gekillt habe. Ja, ich, doch, in der Nähe, stars, weh, schab, weh, was, und dann, boom. Was? Du, kannst, äh, kannst du gekillt werden? Ja, eine Traitorfalle. Der, äh, Kronleuchter fällt dann von oben runter. Gut, Heike, kannst du mal kurz die, die Traitorfalle auslösen? Ja, kann ich machen. Ja, dann machen wir kurz. Heike, kannst du mal kurz da kommen? Wo ist der Kronleuchter? Oh, der ist weg. Da war eigentlich ein Kronleuchter, der runterfallen kann. Hm. Ich bin Schreiter. Gott, Gandalf, du bist, äh, äh, erzähl, du bist so nah hinter mir. Ey, mit dem Mike verwechselst du uns auch immer. Pff, ja. Alter, was ist heute für ein Tag? Wie wir eult. Entschuldigung. Natürlich, was solltet, natürlich. Ich weiß echt nicht, was mit mir heute. Gandalf, du hast dein Spielzeug in Ruhe gelassen. Ne, ich nehme ihn wieder mit. Warte mal, hier ist eine dunkle Ecke. Warte mal. Ich habe Gedanken, die ich nicht denken möchte. Und diese Gedanken sind nicht schön. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Alter, boah, ist das so wild hier. Ah, ah, ah. Ich gehe schon raus. So will ich, ich treffe euch wieder, ey. Oh, Gandalf, wir haben uns getroffen. Also fast zumindest. Ich habe ein menschliches Schild, vergiss es. Wo war die Leiche überhaupt? Ähm, ganz oben. Äh, wo war, waren wir ganz oben? Auf dem Dach? Stopp die rein. Ähm, dunkle Ecke. Oh, er hat sich durchgepackt. Und die Lüftungsschlitze kaputt gemacht. Voller Bug-User, Alter. Äh, Hilfe. Oh, ich weiß nicht, ob das gut ist für Twitch. Ich drehe lieber das Ding aus. By the way, weil ich habe Gandalf die ganze Zeit immer so geschaut, was der da macht. Und dann habe ich es immer sehr höchst. Ja, deswegen, das habe ich gerade auch gesehen, dass man ein bisschen den Arsch gesehen hat. Ich will das auf Twitch, äh, ja. Ja, das auch die ganze Zeit. Amorant verdient zwar Millionen dabei, aber ich will trotzdem nicht. Heidel will Gandalf beim Spaß mit seinem Freund zuzusehen. Zuzusehen. Gandalf hat seinen Spaß mit seinem Freund. Ja klar, ich habe immer mal Spaß mit seinem Freund. Ach, das ist da hinten, okay. Jetzt komme ich wenigstens da raus, Alter. Na, egal, das. Hi. Ach, da... Da wäre ein Lüft... Äh, nee, warte mal, hier ging es doch immer. Ja, okay, egal. Ja, tut mir leid, wenn ich die ganze Zeit... Oh, Alter, Gandalf! Hey, kennst du schon Tost? Der heißt doch, weil er tot ist. Tost. Alter. Alter. Oh, fuck. Sally ist es! Er hat Heidelum gebracht! Oh! Ah, diese Rifle ist doch scheiße, Digga. Alter, ey. Ich bin... Ich habe... Alter. Natti, hast du eigentlich von... Hast du eigentlich irgendwo von so einer Pisswolke gesehen, die dir damage gemacht hat? Natti? Nein. Digga, die Neuro-Toxin-Gun ist für den Verarsch! Wer ist im Arsch? Fuckin... Die Neuro-Toxin-Gun, diese fucking... Äh, diese fucking Giftwolke. Ah, die habe ich vorher beim... Äh, Gandalf-Aber erst probiert. Hat's funktioniert? Nee. Na, aber ich habe die Truppe... Ist in der Waffe drin? Nö. Nee, nicht mehr. Äh, weiß ich schon mal Bescheid für das nächste Mal. Ah, ne, keine Ahnung, sehr gut. Ah, ne, das... Diskambulat. Hihihi, bei der Weiters war ich. Entschuldigung. Ja, natürlich, hehihi, bei der Weiters war ich. Ja. Pfff, schieß mal wieder zwei Löcher in die Augen rein, schau'n wir mal. Naja, geht nicht. Heike, Traitor! Nee, Spaß. Äh, ich sagte, ich hätte es schon geglaubt, wenn Heike, Traitor wäre. Alter, das ist... Alter... Na... Das... Alter, ich würde... Ich würde jetzt so was von abkotzen, wäre ich wirklich Traitor, Alter. Ich würde so abkotzen. Da hast du nicht so lange gekostet. Na, die sagt dem Schmerz, Heike ist Traitor, Sally, so glaub ich schon. Und ich bin tot und war wirklich Traitor, dachte ich... Alter, da hätte ich wirklich Rage-Crit gemacht, Alter. Kann... Hm? Hä? 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 Du warst kaum bei so einem Hund, weil du angeschaut und... Ich hab dir gerade angeschaut und du hast die Leiche dann fallen lassen. Männer sind die Hunde. Wir werden beobachtet. Vom Baum aus. Wuuuuhu. Äh? Nahti, Traitor. Als ob du den Baum nicht siehst. Ja, aber da ist kein Heißel drum am Haus. Äh? Nahti, Traitor. Was? Nahti, Traitor. Was? Nahti, Traitor. Da ist kein Heißel am Haus drum. Au! Oh, endlich ne gute Waffe. Ja gut, Schatzi Leimer. Ja, wenn du gleich wieder mit Ausrufezeichen schreibst. Okay, Nahti ist eindeutig Traitor. Okay. Erschieß mich doch. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Hihihiihiihi. Pech. Was? Macht ihr da im Heißel drin? Naht? Hey Gandalf. Unfug. Ja? Du bist denn sogar gegangen, links oder rechts? Sag ich dir doch nicht. Mega-Nive. Fang. Das war ne Rauchgranate. Hihihiihi. Ja, seh ich jetzt auch. Jo. Ich seh nur den kompletten Rauch. Snoop Dogg war hier. Was? Was? Snoop Dogg? Ja. Okay. Ja. Nahti. Nahti. Warum schießt du einfach? Weil ich's kann. Weil ich denke, dass du Traitor bist. Okay, Heige ist Traitor confirmed. Was? Nein. Was? Also jetzt auf die Dingsi Bumsi. Auf die Bumsi Dingsi. Hallo Dasi. Hallo Dasi. Kann man die Zeit auch beeinflussen? Nö. Ich befließe die Zeit ein. Ich befließe die Zeit ein. Ich bin die Zeit. Ja, die da oben. Ja, natürlich. Oh, warte mal. Die da oben. Habt ihr eigentlich schon für diesen YouTube-Channel gehört? Die da oben? Gibt's halt eben wirklich? Ernsthaft jetzt? Ja, ich hab's in die WhatsApp-Gruppe reingeschickt. Achso. Das ist das. Achso. Irgendwer war eigentlich ein Traitor, weil Gondorf ist nimmer da. Ich hab kein Gondorf mehr. Ja, okay. Cool. Ah! Genau das ist das, was ich gerade meinte. So, weil halt manchmal nichts gesagt und so. Ich war gestern, äh ich gestern genau. Alter, mein Gehirn! Ich war gerade eben wirklich, ja, neben der Spur. Wir kommen in der Irrenanstalt, Alter. Wir sind einfach die Irrenanstalt, Alter. Wir brauchen kein Gebäude, um die Irrenanstalt zu nennen. Wir sind einfach die Irrenanstalt. Ich beobachte euch. Ich möchte es eigentlich zu einfach machen. Oh, hi. Hi. Kanal Fizzes, Kanal Fizzes! Was? Wer sagt das? Ich sag's. Kanal Fizzes. Zeige? Nazi? Mit nem Stuhl! Ich seh noch, wenn ein Stuhl weggekickt wird. Oh, ich bin mit Scherkern einfach. Diese Wachen, die pissen mich aber auch mal langsam an. Weißt du, du hast ne Schauschützengewehr, das macht nicht einmal Headshot-Damage. Du hast ne Diegel, die kein Headshot-Damage macht. Oh. Oh. Hallo? Du kannst alles treffen und machst weniger Damage. So, Heigel ist es. Ja, seh ich auch so. Also, tut mal Heigel? Mhm. Okay. Ich hab auch eben gerade ein Geräusch gehört, so als würde er sich empört zurücklehnen. Hey, nein. Tja, weil er lacht. Hihi. Heigel ist der Traitor. What? Da hat jemand den Diskumulator geworfen. Hahaha. Heihihihi. Ahhhh. Haha. Haha. Ah, sch… ich bin gerade ernsthaft von der wand erschrocken du hast doch nichts gesehen also ich bin am dienstag vor so gut wie allem erschrocken gewesen vor dem biller von dem pillager banner zum beispiel erinnerst du erinnerst du dich noch an den pillager banner der vor deinem haus steht heige ja ich bin aber runtergegangen ich habe mich davor erschreckt ich vergesse aber das ist der stand zu rein auf gar war ich egal ob es später habe ich hab eine ausrüstung gehört dem stift ich habe die regel aufgenommen die regel habe ich aufgenommen die hier die war in dem dingens was mich gerade angeschossen kann leif nein ich habe keine waffen mehr die granate ok mich jetzt bin ich mir nicht sicher aber wenn ich nichts umbringe mit als trader da und dann stellt sich aus dass nati der trader ist oder immer noch heigel oder auch heigel kann doch heigel sein heigel bist der trader dieses movement dieses movement von heigel das sieht man schon ich habe angst doch gar nicht zu haben als trader das ist ein schwarzen ecker das ist ein schwarzen ecker Hey, weißt du nicht, wie er redet? Ich bin der... Schwarze Necker? Klar, doch. Ich glaub, ich bin... Er redet immer sooo. Ich weiß schon. Anna, was machst du hinter mir? Der folgt ihm so ne 2 Minuten oder so. Hallo? Fahrstuhl? Ah! Na, zieh ist es. Das zieht auf mich. Alter! Au! Ach, nein, ich hab Leben verloren. Ah, heiligemass. Was machst du? Kann mich nicht mehr bewegen. Nein, nicht schon wieder. Possen. Okay. Dann müsst ihr doch. Nein, ich hab voll die Internet... Ja, ja, jetzt haben wir was. Ähm. Hallo? Hallo. Jetzt gehts wieder. Okay, Gondalf es ist. Er versteckt sich gerade. Wieso? Ja, okay, quill mich. Servus, Christian. Hallo. Gute Laune sowieso. Den Musik macht alle froh. Servus, Christian. Was war denn das? Ich bin der Schrocker von dir. Du... Du rennst? Du rennst. Du bist durchsichtig. Ja. Und kommst da vor mir auf mich zu. Hä? Hä? Ja, mein Internet spinnt voll rum. Hä? Darum bist du durchsichtig oder was? Ja. Hä? Was geht denn jetzt ab? Warum schmeißt du mit einem Error unter mir? Ich würd ihn killen. Nein! Hat jemand... Fucksack. Ich hasse mein Internet. Ich weiß echt nicht, was los ist mit dem Drecks-Internet heute, Alter. Wer lebt noch? Ja, er lebt. Oh, 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 er lebt. Was? Schieß mit der Waffe. Was? Schieß mit der Waffe. Okay, schade. Okay. Heigel? Heigel ist es. Heigel ist es. Heigel ist es. Heigel ist es. Ich hab bloß einen Thomas. Heigel ist es. Ja, wo denn? Wo ist hier? Ich bin schon wiederum. Nein! Keine Ausreden. Ich weiß. Nein. Ich hab jetzt runtergerannt. Ich hab jetzt runtergerannt. Ja. Warte. Ja. Was? Was? Was ist hier? Wesen. Wer ist hier? Nazi. Nazi. Oder? Ey, warum hört sich jemand nicht? Moment. Du hörst dich an wie ein Kettrauch. Du hörst dich an wie ein Kettrauch. Stadion 3, Alter. Ich hab 20, ich hab 200 Jahre geraucht. Mindestens. Internet spült schon wieder rum. Nein! Hey, hey, hey. Keine Ausreden. Keine Ausreden. Ja, wirklich. Ich kann... Hallo! Ich... Jetzt geht's wieder. Ich weiß echt, also ich... Also, es ist unspielbar gerade bei mir. Alle paar Minuten hab ich so richtig krasse Likes. Janav, bist du noch da? Ends Käufens und Ends Einkaufscore. Ja. Nein, ich hab keine richtige Waffe. Das ist ganz auf jeden Fall. Weißt du, wenn die Schrotflinte auf Distanz gut ist, aber das Schauschützegewehr auf Distanz scheiße ist. Ja. Ich versteh dieses Spiel nicht. Alter, ich... Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das... Also, zumindest ich heute abbrechen muss, weil ich hab grad die ganze Zeit... Ja. Kein Stream. Also, bei mir ist grad Stream off. Ich hab grad null Kilobyte, also null Internet. Äh... Äh... Dann beenden wir halt. Weil ich hätte jetzt auch gesagt, dass sie aufhier... Jetzt geht's wieder. Jetzt hab ich wieder Internet. Ich weiß echt nicht, was heute los ist. Wahrscheinlich ist das gleiche Problem, wie ich's damals hatte. Und zwar entweder ist dein Verteiler am Arsch oder deine Boxes am Arsch. Oder... Deine Zitterbieters am Arsch. Oder... Alles drei. Weil ich grade eben bei TTT wie ich... Äh... Wie ich grade mit der... Jetzt hat sich TTT bei mir geschlossen, alles klar? Nee, auch nicht. Oh. Äh... Egal, ich geh... Du kannst wieder sprechen, du bist nicht mehr tot. Ja, ja, ich weiß nicht, ich weiß. Und... Ich hab nur gegessen. Ah, okay. Super passiert. Ich weiß... Ich... Ich weiß echt was heute... Ich weiß echt wirklich nicht, was heute los ist. Ich fü... Ich... Also ich kann mal vorstellen, vielleicht, dass das... Nee, OBS Update auch nicht, weil im Endeffekt spielen die ja alles rum. WhatsApp Web ist kurz dann weg und bla... Aber Discord ist alles einmal frei. Discord hab ich euch die ganze Zeit gehört. Hm. Deswegen... Das versteh ich grade eher weniger so. Ich werd jetzt einfach mal versuchen, meinen PC neu zu starten. Also so und vielleicht... Oder ich... Ich... Ich geh jetzt erstmal dann... Äh... Zu meinem Vater runter in die... Vom... Vom Router in die... Äh... Router nimmt ja so ein Logbuch immer auf. So was. Internet und bla. Und ich werd mal schauen, ob da irgendwas drin ist und so. Weil ich hab keine Ahnung. Das ist momentan unspielbar bei mir. Ja, weil dann da das jetzt sagen, dann beendet man den Stream. Ich hab schon beendet. Also den Stream nicht, aber TTT. Also ich mein jetzt halt insgesamt... Was halt's hier davor? Ja, zu dritt bringt's ja nichts mehr, ne? Ja. Ja. Haben wir grad gesehen. Schon wieder. Alter. Ne, also jetzt grade läuft's grade. Vielleicht bist du noch chatting oder so, aber im Endeffekt... Also ich weiß nicht warum. Es kann vielleicht ein TTT liegen. Es kann vielleicht ein OBS-Update liegen. Es kann am Router liegen. Ich weiß es nicht. Maschlauch. Hat aber echt heute Spaß dran. Ja. Heigel am meisten gestorben ist, hat am meisten Spaß dran gehabt. Haben wir verstorben. Ja, trotzdem. Heigel ist masochistisch. Heigel ist masochistisch veranlagt. Exposed. Exposed. Jetzt hast du mich.